Wo oder wie? Warte. Ja, aber ein bisschen was anderes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. In welchem seid ihr? Zwei? Da, wo viel los war. Es steht rechts an der Seite. Jail02? Jail02, ja. Ja, genau. Alles klar, da seid ihr. Okay, wir müssen jetzt warten, bis die Zeit da losgeht. Das heißt, wir haben eine Minute Zeit. Ähm, ja. Dann können wir erstmal hier... Hallo und herzlich willkommen, warst du? Ja, richtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mindstreet Boys. Aha, aha, aha. Ja, 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 ja. Oh, ihr könntest auch so einen Jump-Scheiß, kannst du dir auch bringen, ey. Kennt überhaupt noch jemand die Mindstreet Boys? Kennt ihr die noch? Echt nicht, das waren so bekloppte Drei-Tüten. Hast du nicht so 2009 mal so einen Hit gehabt, ey? 2009? Quit Playing Games With My Bricks. Zum Beispiel. Ja, also, wer uns noch von meinem alten YouTube-Kanal kennt, der weiß natürlich Bescheid. Wer es nicht weiß, äh, wir zocken hier heftigst. Minecraft und mit dabei ist, äh, einer meiner Busen-Kumpels. Und zwar Busen-Kumpel, weil er große Busen hat. Steven. Weiß ich, dachte, ich hab echt drauf gehofft, dass Fifi kommt, aber... Ich war überlebt. Ich war überlebt. Bei Corona-Kruz immer klar, wer kommt denn? Und außerdem ist, äh, Lord Pfeifenheinrich, aka Fifi, dabei. Oh, jetzt geht's los. Was bin ich? Ich bin eine Workbench. Ich bin ein Schwert, muss ich das suchen? Ich bin auch ein Schwert. Nein, das steht unten im Chat. Ich bin Disguised S. Wenn ihr T drückt. Es steht, you have broken your solid block, do it to moving. Workbench bin ich. Du bist auch eine Workbench? Ja. Gott, wo stelle ich mich denn hin? Keine Ahnung, ich glaube, erst mal weg auf jeden Fall. Hier ist ein super Workbench-Platz. Ja, und, ähm, wir sind hier schon mitten im Spiel. Wir spielen also hide and seek. Und, ähm, wenn ihr jetzt ein paar Sekunden stehen bleibt, dann kommt im Chat, you have become a solid block, don't move. Also dann werdet ihr wohl der Umgebung angepasst, so wie ich das verstanden hab. Ah, ist klar, gut. Ja, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich bin. Guck im Chat, T. Da steht dann, äh, Moneywolf is the first seeker, the game has been started, und dann steht da, you have been disguised as a... Glowstone. Ah, ha. Jetzt rate, was du bist. Ja, äh... Also, ähm, weiß ich nicht, irgendwie fand ich das auf dem letzten Server irgendwie ein bisschen besser gemacht. Warum? Deswegen, ja, da hast du gesehen, was du bist. Ja gut, aber du liest es jetzt im Chat. Du weißt, du weißt ja, wie eine Workbench aussieht. Oder hast du das schon vergessen? Doch, doch, weiß ich doch. Du kannst ruhig ehrlich sein, also, wenn du vergessen hast, wie eine Workbench aussieht, kannst du das beschreiben. Doch, doch, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Ist okay jetzt, Mann. Ich kann dir auch ein Bild raussuchen. Ich hau dir gleich ein paar rüber, ey. Passend zu deinem Resource-Pack. Also, ich glaube, er rennt da hinten. Die haben denn so eine Eisenrüstung an die Sucher, oder was? Kann man sich denn jetzt links und rechts drehen, ohne dass man... Ja. Wenn du dich bewegst, dann steht da, dass du nicht mehr solid bist. Also, wenn du mit WASD dich bewegst. Oh, oh, da läuft einer, da läuft einer, da laufen zwei. Ey, ich hab glücklicherweise eben noch eine Ecke gefunden, wo anderer Glowstone rumsteht, ey. Beschreibt, was ihr seht. Ich sehe nämlich nichts. Ich stehe hier in so einer gammeligen Ecke im Haus. Hier ist noch niemand vorbeigerannt. Also, ich stehe auch in einem Haus. Und ich habe vor mir einen Ofen, einen Holzblock, ein Waschbecken, noch ein Waschbecken. Ne, zwei Trichter und ein Waschbecken. Okay. Oh, ich sehe den Namen. Und die rennen ja alle vor mir rum. Also, ich stehe sozusagen getarnt neben einer zweiten Workbench als Workbench. Ja, und ich stehe... Hier ist in einer Ecke ein Haufen mit Holzbrettern und Glowstone und so durcheinander gemischt. Und da stehe ich halt mit innen drin. Okay. Gut, hab ich... Ich könnte hier noch sogar meine Position, wenn es hier jetzt safe ist, aber noch verändern. Also, es gibt schon vier Sucher. Warte mal, kann man nicht hier auch schön... Es rennt auch hinter einer Wand hinter mir rum. Ich riskiere das jetzt einfach mal. Also, ich kriege ja wohl die Krise, Mann. Die rennen ja alle die ganze Zeit um ein Haus, ey. Hier sehe ich zwar weniger, aber... Wir dürfen auch jetzt nicht zu viel verraten, aber wenn wir gleich suchen müssen, dann wissen wir ja alles. Oh Gott. 240 Sekunden. Reicht schon, dass wir wissen, dass Panda Workbench ist. Ja, ne? Hallo, ich bin Glowstone, ey. Glowstone finde ich auch schwierig, glaube ich, aber ich habe mich draußen noch nicht so heftig umgeguckt. Ich war eben nur ein Cobblestone und wie ihr seht, hatte ich da nicht ganz so schwer. Ich hatte einen Träume mit dem Schallstein. Cobblestone, ey. Der gute... Oh Gott, hier läuft einer. Oh, da kommt einer. Oh Gott. Hier läuft Weapon Ray. Ja, ey, ich kriege die Krise. Ja, ja, genau, der läuft bei mir auch gerade vor der Nase rum. Ach, seid froh, dass es nur einer bei euch ist. Bei mir sind es acht oder so. Bei dir läuft Weapon Ray rum? Bist du auch drin, ne? Ja, nee, ja. Steht ihr beide zusammen im gleichen Haus und bleibt es nicht? Ja, wenn du den Holzhaufen mit dem Glowstone siehst, dann bin ich. Ist Glowstone weiß? Alter, Pippi, was für Geld versteckt, Mann, Alter. Da ist kein Resource-Pack drin. Ich bin den scheiß Glowstone und versteckt mich in dem Holz. Bring es, Alter. Stehst du auf der Erde? Also bist du in so einer Ecke von dem Raum? Da ist so ein Riesenflur, wo man reinkommt in dem Haus. In dem Flur, in so einer Ecke noch, ja. Kannst du von deiner Ecke... Oh, jetzt boxt hier einer in meinem Haus rum. ... in so einen kleinen Kackraum gucken? Ja. Siehst du in der Uhr? Ich boxe mich grad mit nem Seeker. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, 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 Leute. Warte, 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 warte. Ich wurde gepackt, ich wurde gepackt. Ich renne, ich renne. Ja, du hängst hoch, jetzt hängst du in der Luft. Oh Gott, 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 oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du solltest so nicht bleiben. Ah ja, jetzt hätt ich mich auf dem Boden. Ich krieg auf den Sack, ich krieg auf den Sack, ich krieg auf den Sack, oh mein Gott. Ich bin nicht mehr. Oh scheiße, hier ist ne Sackgasse. Ich bin tot. Oh Gott. Ja, ja, zwei Stück. Ja. Ja. Steve. Ja, ist ja geil. Ah ja, warte mal. Oh nein, oh nein, nicht Moneywolf. Nein, 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 verpiss dich. Alter. Wie krass war das denn? Aber ich hab eben schon so ein Schlaggeräusch gehabt, aber irgendwie. Ja, das passiert auch, die verlieren glaube ich Leben, wenn die suchen oder so, keine Ahnung. Okay. Ne, Timelift ist aber auch noch ganz schön lange, ey, drei Minuten, ne? Wie geil ist das denn, dass wir hier uns gegenüberstehen? Ja, aber da hättest du doch eben schon mal sehen können, dass ich mich bewegt hab, ey. Ne, hab ich nicht. Ich nicht. Ich stehe jetzt mal vorne, ich weiß nicht, ob du die Tür von dir aus gesehen, rechts sehen kannst, zu dem... Jetzt muss ich erst mal gucken, oh mein Gott, wo kann man denn hier... Die Tür direkt neben dir? Ja. Ja. Erst bin ich in den Raum reingelaufen und dann wusste ich ja noch nicht, was für ein Block ich bin. Achso. Und da drinne steht kein Glows, doch. Okay. Oh nein, ich kommst dir von Verprügel uns beide, ey, den lauf ich einfach. Ja. Wenn er dich hat, den lauf ich. Oh oh. Ich glaube, ich hab seinen Namen gesehen. Oh nein. Sag jetzt gar nichts mehr, ey. Piep. Warte mal, warte mal noch... Nein, verpiss dich, du Hurensohn, du blöder... Verdammt. Also ich bin's nicht. Such mal noch den anderen erst. Such mal jetzt noch den anderen. Ich weiß, wo Fiffi ist. Du wirst so sterben, mein Junge. Da, da, da. Nein, Pannen. Warte, warte, hier. Hier. Hier in dem Haufen ist er. Aber nicht draufhauen. Lass mich mal sitzen. Lass mich mal sitzen. Hör auf. Hör auf. Komm. Ich weiß, wo er ist. Ja, genau der bin ich. Welcher denn? Der in der Mitte, der unten drinnen sitzt. Der hier? Ja. Der unten drinnen, da, der? Ja. Ja, ich verpiss euch mal. Okay, wo ist denn der letzte? Take a dump, take a dump. Keine Ahnung. Zwei, zwei Stück sind noch da. Okay. Das ist ein geiler Scheiß. Aua, das merkt man irgendwann. Ähm, wollen wir draußen gucken? Ich glaube, der ist draußen. Hier sieht alles so aus, als wäre es genauso. Oh, hier ist eine Tischdecke. Ja, genau. Der spawnt bestimmt als Tischdecke. Genau, Padden, Alter. Was weiß ich denn? Ich war eine Workbench. Oh Gott, anderthalb Minuten muss ich noch durchhalten, ey. Dann bin ich der glorreiche Gewinner dieses Games. Ähm, Padden, komm mal her. Wo bist du? Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Komm mal her, komm mal her. Du bist dich. Komm mal her, komm mal her. Guck mal, guck mal. Ja, ich komm. Guck mal da hin und sag mir, was an dem Bild nicht stimmt. Oh, da kommt ein anderer Typ. Siehst du's? An welchem Bild? An dem Bild hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Achso, da steht's. Siehst du denn da? Nein, er hat hier alle Blöcke an. Aber, nein, er hat mich gefunden. Scheiße, ich dachte, guck mal, er steht hier so kacke im Wald. Das könnte doch einer sein. Toll. Oha. Man kriegt hier echt auf die Fresse in der Herzeite. Achso, jetzt muss ich auch noch mit suchen, ne? Ja, klar. Verstecken mit Freischlagen. Was ist er denn hier? Hier liegen manchmal so Hats rum. Keine Ahnung. Hats. Also, richtig viel ist ja echt, wenn du so, als so Busch-Spawns oder so, ne? Ja, Busch wär scheiße. Das hat ja in Amerika schon nichts gebracht. Warum schon? Oh, aber der flach. Alter, dass hier auch einfach random Öfen stehen. Ja, das ist eigentlich gut gemacht, ey. Aber wenn man weiß, wie das aussieht hier, dann, äh... Ja, vor allem kann man echt jeder Block sein, ey, dann... Ich glaub schon. Ich find, das sollte schon ein bisschen begrenzt sein, irgendwie, dass man... Ja, ich glaub, ich glaube, dass es hier nicht Grasblöcke gibt. Oder Blumen. Ja, das finde ich nicht beinhaltet, ey. Aber die kannst du auch einfach wegholen. Und Blumen vielleicht. Kannst du ja nicht. Nobody finds me. All geschrieben. Ich hau hier alles kaputt jetzt. Was soll das denn? Chocolate. Chocolate sagt, ha, 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 ha. Bestimmt bin ich grad vorbeigelaufen. 13 Sekunden. Hier gibt's ein Basketballfeld. Schlagt alles. Schlagt es. Gott, ist das dreckig. Losers, sagt er. Na. Ja, weiß nicht, also... Ja, mit zwei, oh, du blöd mal. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall hier einen Break und nehmen gleich noch Part 2 auf. Nee, ich schlappe doch mal einen, ne? Oder? Was? Ja, klar, auf jeden Fall. Und direkt Part 2 aufnehmen, ja, ne? Ja. Läuft ja bei uns. Gut, dann, vielen Dank fürs Zukunft. Wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentar und uns alle liken, weil ihr so cool seid. Und Abonnement, natürlich. Spenden, auch gerne gesehen. Krümelmonster, hier ist das Krümelmonster. Nee, wo? Hier, immer. Nee, der ist geil. Wie alles das denn, Mann? Alles klar, Leute. Schöne Schlussbild. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Geil, ey.